So und wir steigen hier wieder ein und was haben wir zu tun? Push the button! Das kann am besten der Maxl und ich glaube der erwartet uns gleich. Doch nicht. Ach, wozu schmeiße ich denn jetzt die Paykillers ein? Mensch Mensch Mensch, Mexchen Mexchen. Was machst du denn? Was machst du denn? Lass uns mal her rausgehen. Ja und wo floggt der Raketenwerfer? Ach du Scheiße! Ja toll! Ok, schauen wir uns das nochmal an. Ich renne vor. Da drüben ist noch ein Raketenwerfer. Ja, siehst du? Siehst du? Ich muss hinter das Auto kommen. Aber wie? Wie? Da drüben ist auch noch ein Raketenwerfer. So, ist zwar nett, aber wir brauchen das hier. Ah, leck mich doch am Arsch! Ja, grütze! Fix! Der einfachste Raketenwerfer ist da drüben. Aber wieder hinkommen. Wieder hinkommen. Jetzt, in der Schusspause. Da drüben ist es. Seemt a crying shame to let that RPG go to waste. Die Dämpfe! Die Dämpfe! Die Dämpfe! Dämpfe! Da drüben. Nette Spielzeug! Neeeeein! Genau jetzt. Ja, das ist natürlich fatal, wenn man da getroffen wird. Okay. Und los geht's. Na, nicht lang springen, Maxl. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe in Deckung. Kann ich nur beten, dass du die Granate den erwischt? Das ist natürlich scheiße. Ja, okay. Muss ich aufpassen. Ist von Anfang nicht schlecht, um gleich von vornherein viele wegzubomben? Bom, 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 bom. Seemt a crying shame to let that RPG go to waste. Es geht's. Ich bin hier, ich bin hier! Nein, da kommt keiner. Gott. Hört man dann alle? Sehen wir gleich, wenn die aufstehen. Keiner schießt. Keiner schießt. Keiner schießt. Keiner schießt. Was hat da für eine Waffe hier liegen? Ah ne, das ist die Bleispritze. Bin ich so der Freund von. Schon wieder Tiefgarage. Ja Jungs, ihr habt Fischisse. Wollt eine Waffe nehmen wir natürlich mit. Wollt ihr nicht? Der perfekte Ende für eine perfekte Reise. Wenn jemand mir gesagt hat, dass sie sechs Monate vorhin das war, wo mein Leben ging, dann hätte ich ein Doppel von dem, was sie tränkte. Ich tränkte ihn, dann habe ich meinen Kopf verloren. Ja, das glaube ich, dass du das gemacht hättest. So, der steht auch noch. Jetzt werfen wir mal einen Blick dahinter, das sieht schon so verdächtig aus. Ja, wir gehen jetzt da... Na, da ist ein Tür, da kommt jetzt zu schnell keiner raus. Da geht's nirgends rein. Yo, Painkillers! Oh, Painkillers! Painkillers! Ja, der blotterbissi aus dem Häus. Er wundert aus einer Städte. Wo kommt's denn hier alle her? Hatte ich mehr? Ja, nur mit Lampenaufsatz. Ne, da hab ich keinen Bock. Ist mir zu auffällig. Gehen wir mal aufs Frauenscheißhaus. So, meine Tabletten haben wir dabei. Gut. Wie immer, bevor es weiter geht, Lage checken. Ob es noch irgendwas gibt, was ich mal mitnehmen kann. So. Meistens ist dem auch so. Scheißhaus ist leer. Das ist auch leer. Runzen mag ich jetzt nicht. Da gibt's keine Mädels, die waren nur bei den Frauen. Hier gab's die Guldnette. So. Dann schauen wir mal weiter. Okay, der steht nicht mehr auf. Okay, der steht nicht mehr auf. Ah, so ein schönes Steak. Das wär doch jetzt was, Max, oder? Rührt jetzt da. Kein Einwand dagegen. So. Bisschen Lämoni. Ein paar kaputte Computer. Ja. Nix da. Ihr habt das letzte Mal da was gesehen. Ihr verdammten Wichser. So. Schauen wir mal. Ja, da haben sie wieder einen umgebracht. Snackautomaten sind alle. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, da hat er dem jetzt auch nichts geholfen, Spezi. Sie kamen aus der Kontrollrunde. Sie sahen aus, als wäre die Sicherheitskameras noch zu laufen. Aha. Oh, Painkillers. Und wieder ein Teil einer goldenen Waffe. Meistisch. Genau zu schießen. Ja, sehr schön. Ja, mach mal, Maxl. Mach mal. Kein Stress. Schaust er euch an. Ja, mach mal. 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 Acheli 돌아かな? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Wir fangen zumuckle. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er! Mein Gott, den so ist er! Das ist ja echt der Ritzler an drei ich bin! Oh mein Gott, den so ist er! Boah, Heidewitzker! Immer arschknapp hier! Okay! Halt! Painkillers! Mit Laser-Visier, das wäre natürlich auch nichts! Schöne Sache! Die haben ja jetzt ein bisschen was dagelassen! Ich sah, die Elevator-Doors waren ört! Ja, gleich! Lass mich hier noch schnell einsammeln, Max! Müssen doch alles mitnehmen! Oh Gott! Wie weit wäre ich wohl mit dem anderen Aufzug gekommen? Ja, 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 ja! Genau! War C! So, aber ich würde mal sagen, hier machen wir mal wieder einen kleinen Abschnitt! Hoppala! Und sehen uns in der nächsten Folge wieder! Bis dann, euer Medaso! Baba! Baba!